Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zu diesem Video, in dem wir mal schauen wollen, ob das Samsung Galaxy XCover der zweiten Generation, denn nicht nur gegen Wasser, darüber habe ich ja bereits ein Video gemacht, sondern auch gegen das richtig deutsch-bayerische Bier bestehen kann. Was werden wir dafür machen? Wir haben hier natürlich eine schöne echte Mars vor uns und wir haben ein Bier vor uns und wir wollen jetzt mal gucken, wie das Ganze aussieht. Wir haben eine IP67 Zertifizierung, bedeutet, das sollte 1 Meter Tiefe und 30 Minuten Wasser aushalten. Wir werden es jetzt mal in die Mars stellen. Warum nehme ich eigentlich kein ganz normales Weizenglas? Ganz einfach, weil es von der Dicke her nicht reinpasst, zumindest nicht in das Weizenglas, das ich da habe. Machen wir mal das hier auf. So. Und dann füllen wir es mal schön ein und schauen zu. Das wird jetzt nicht schön aussehen, das Bier gleich, aber das macht ja nichts, denn was wir wollen, ist nicht dieser Schaum, den wir gerade bekommen. Aber darin versinkt das Cover gerade schön, deswegen geht das schon klar. Ein Tipp an alle unter euch, die Bier einschenken wollen. Es ist immer so, dass man am besten das Bier innen nass macht, das Glas, und dann quer hält und das Bier langsam einfüllt. Ja, was soll ich sagen, wir haben eine Menge Schaum, dann packen wir auch noch den Rest da rein, damit wir eine Krone haben. Und dann sollten wir das X-Cover auch mal da rausholen. Jetzt wird hier vermutlich alles überlaufen, aber dann haben wir ein Video mit viel, viel Action. So muss das sein. Das kommt jetzt noch kurz in ein Wasserbad, damit wir hier alles einmal durch haben. Und es vor allem wieder sauber wird. Ihr wisst gar nicht, wie das hier gerade riecht. So, machen wir es mal wieder trocken. Und dann hoffen wir mal, dass es das irgendwie überstanden hat. Während das Bier sich legt, schauen wir mal. Gut, hier funktioniert noch alles. Das ist wunderbar. Tolle Sache. Wollen wir das Gerät einmal aufmachen? Ja, natürlich wollen wir das. Also, na, ich mache es erstmal richtig trocken. Wir wollen hier nichts riskieren. So, und auch hier noch ein bisschen. Kann ich das Bier jetzt eigentlich noch trinken? So, wir sehen gerade, das war hier nicht mal richtig zu. Gefährlich. Und was sehen wir? Hm, das sieht doch soweit ganz gut aus. Schaut mal genauer hin. Wir sehen, der Akku ist immer noch trocken geblieben. Ich möchte jetzt keinen Schmarrn erzählen, deswegen zoomen wir nochmal so im hellen Licht rein. Okay, wir haben hier zwei, drei Tröpfchen. Ansonsten sieht das gut aus. Also, das war auf jeden Fall mein Test. Samsung Galaxy XCover 2 gegen Bier. Es funktioniert, wir sehen das schon. Das Ganze wird jetzt richtig getrocknet und darauf einfach nur ein Prost und Ciao. Und dann, wir sehen das, wie über das war, das war genau. Also, wir sehen das, wie wir heute ein Prost. Was ist richtig, wir sehen das, wie wir hier ein Prost. Hier sind die Brot, wo ich, das war. Vielen Dank.